Wer ist 916er? Okay, check das. Die Wege sind manchmal verschwommen, wie der Nebel und Rauch. Leute hinterlassen, trunken ihre Tränen im Staub. Ich verspüre tief im Dunkeln diesen ekelen Bauch, wenn ich daran denke, dass der Mensch für das Geld seine Seele verkauft. Doch ich gebe nicht auf, vergreife das Mic und erhebe die Faust. Ich quere die quälenden Wege der Lehre, die schwere Misere und strebe jetzt auf. Und auf die Herrschaft verübe ich verbale Brandanschläge. Denn sie sind korrupt wie die Banker der deutschen Punk-Affäre. Audiovisuelle Anschlagsserien gegen amerikanische Panzerschläge. Wenn ich wieder meine Hand anlege, gegen die verdammten Propaganda reden, mach ich's. Weil ich wünsche, dass die Welt da draußen anders wäre. Mich gegen den Standard wäre und die Welt für krank erkläre. Ich bin bereit und werde kämpfen, bis es nicht mehr geht. Warum erzählst du mir von Dingen, die du nicht erlebst? Mein Wille bewegt die Berge, bis die neue Sicht entsteht. Die Revolution wird angeprägt, bis sich das Licht erhebt. Manche Kickenwing töten ihr Gewissen tief. Einige wenige Interessieren sich dafür, wer die Strippen zieht. Traumstrände, Rauschweste, bräuckelnde Hauswände. Faustkämpfe aufständen, das plötzliche Ausendet. Denn die mächtigen Intervillieren, kolonisieren, bis die Kinder grepieren. Die Obdachlosen im Winter erfrieren und sterben, weil die Führer so Fenster regieren. Und unsere Nahrung ist verseucht mit Chemikalien. Und gierige Menschen wecken mit ihren Genitalien. Doch leider passiert hier überhaupt nichts, wenn wir uns nicht wehren. Der Beat, der pumpt ins Herz. Ich spüre, wie die Wunde schmerzt. Denn die leuchtet was grundverkehrt, wie bei der Bundeswehr. Soldaten folgen Befehlen, als ob sie Hunde wären. Und sie töten die Kinder und Frauen, völlig unbeschwert. Die Auftraggeber bleiben, man geht nicht noch ungeklärt. Umgekehrt, die Gerechtigkeit wird uns verwehrt. Und die Fahnen schuldigen, bleiben wieder mal unversehrt. Dieser kalte Krieg zerfritzt uns wie ein Parasit. Und das Paradies liegt in meiner anderen Galaxie. Die positiven Vibes, das wonach ich mich täglich sehne. Während ich in dieser dunklen Welt in meinem Käfig lebe. Alles was ich brauch, Musik, Gesundheit und ein wenig Tiefe. Und ich auch Mohabbat für die Färben und Freunde, die ich liebe. Das war's von mir. KW ist mein Name. Vielen Dank. Vielen Dank.